Einfach nein. Einfach nein. Das ist einfach nur dämlich. Aber es amüsiert mich. So Leute, ich bin jetzt bei Ungarn im Treppenhaus. Würde ich hab mich echt in den Augen. Vor dem Gesicht klopfen. Hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erdbeben. Erdbeben. Steht ihr auf gleiche Frauen? Blond? Oder sagst du nur schwarzhaarig? Mir ist es eigentlich egal. Der Charakter muss erst mal stimmen. Oh mein Gott. Was redest du? Ich hab, also was heißt, ich hab die auch nicht ausgewählt. Wir wurden irgendwie, Gott hat uns zusammengeführt, weil so viel Talent auf einen Haufen. Und deswegen sitzen die beiden noch nicht. Ich möchte hier nochmals warnen. Wir dürfen Deutschland nicht mit Afrikanern überfluten. Nein, das dürfen wir nicht. Das können wir nicht. Und das werden wir verhindern. Keine Prügeleien. Keine verdammten Prügeleien. Keine Prügeleien. Keine verdammten Prügeleien. Riesen Ding übrigens. 35 Zentimeter. Ich muss zugeben, du bist so ein richtiger Clown, ehrlich. Du bist so lustig. Geht doch mal. Geht doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Oh. Ja. Ido. 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 Obo falsch verstanden. Das ist ein Ausdruck meiner Freundschaft zur Türkei. Zu meinen vielen türkischen Bros, die ich habe. Und natürlich habe ich auch viele kurdische Freunde. Aber es gibt kein Basecap, wo auch die kurdische Flacke drauf war. Sonst würde ich ein Basecap tragen, wo auch die kurdische Flacke drauf ist. Dafür ist das hier. Hier ist die kurdische Flacke. Es funktioniert. Man kann friedlich miteinander leben. Das beweisen hier die Türken und die Kohlen. Wir leben auch mit den Deutschen friedlich zusammen. Manchmal gibt es ein paar Reibungspunkte. Die werden geklärt. Aber allgemein lebt man friedlich miteinander. Das funktioniert schon. In diesem Sinne. Archidi. Barisch. Auf Wiedersehen. Ich weiß, dass ihr das habt, aber sie mag das nicht. Ich weiß, dass ihr das habt, aber sie mag das nicht. Ich weiß, dass ihr das habt, aber sie mag das nicht. Ich weiß, dass ihr das nicht.